Ich denke, tatsächlich, Frank Sanchez ist wahrscheinlich noch mal ein Stück gefährlicher als Aslanbek Mahmoudov, weil er ist deutlich explosiver und er ist deutlich besser technisch. Siehst du, das ist der größte Test in deiner Karriere? Ja, natürlich. Das ist mein größtes Challenge in meiner Karriere. Sanchez ist quasi der nächste Gegner von uns, wenn wir quasi um die BBC Eliminator boxen. Sanchez. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR